nicht hier oben, warum ich, ihr fragt euch sicherlich warum ich hier nichts weggebe, weil wir meistens den scheiß an irgendwelchen bezahlautomaten hinterlegen, da können wir uns gleich ein bisschen ausmisten, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, ne? So, Inventarausmisten ist immer das schönste, ich könnte mir jetzt natürlich auch ein bisschen Proteinpulver in den Game reinpumpen, das würde schon was helfen, aber es ist ja verschwendet. Ich bringe mich erstmal aus mit dem Einkaufen fahren, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Einkaufen, vielleicht sehen wir uns heute Abend, aber wir spielen Abendpark auf, ne? Ist ja auch bald, hier ist ja schon gleich abends, brauche mir das, was du brauchst, Bro, brauchst Bro. Danke fürs Reinschauen, auf jeden Fall. Nebenmission abgeschlossen. Sehr gut, du hast das Jailbreak-Gerät gefunden. Gute Arbeit und weiter so. Auftrag abgeschlossen. So, jetzt gucken, was man so verkaufen kann und zwar vom Typ, eigentlich alles graue, jetzt gucke ich hier rein und sehe, ha, äh, eine, eine Knarre ist grau, ernsthaft? Qualität. Das kann, gut, haha, ähm, mach ich hier, äh, ein Messer auch, Klamotten. Ähm, den ganzen Junk verkaufen. Dann Schneppes. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das noch mit rumschleppe. Ich hab mir damals eigentlich angewöhnt, die, die ganzen Sachen immer mir einzuhelfen, ne? Also das heißt, immer geboostet zu laufen. Das heißt, immer volle Kanne, alles reinhämmern, zu trinken, zu essen, weil es auch immer Ausdauerregeneration gibt. Die braucht ihr aber nicht mehr. Das ist halt immer so die Sache. Das wiegt halt immer auch viel. Oder hier, fünf Prozent maximale Gesundheit. Macht, glaube ich, schon Sinn. Das Einzige, was ich immer verscheppere, ist Alkohol. Und davon habe ich gar nicht so viel eingesammelt, wie es aussieht. Aber zwei Tüten von Süßigkeiten durch B-Day und Ostern. Ich kaufe wahrscheinlich nur Nudeln. Haha. Okay, dafür nochmal losfahren. Das ist aber auch spannend, ne? Ähm, würde ich wahrscheinlich gar nicht machen. Ja, cool. Also haben wir jetzt nicht so viel aussortiert. Den Rest zerlege ich nämlich immer. Ich bin nämlich immer noch überladen. So, also das macht auf jeden Fall Sinn. 100% so fertiges aufladen. Ne? Ich speichere mal. So. Wir wollten die Shotgun mal kurz testen, ne? Ähm, Typ. Rotflint. Ja. Das ist überhaupt fair, ne? Zack. Aua. So, Kako, Okade. Ich hatte schon mal sehr gut nachgeladen, ne? Vergiss nicht wie. Müßigkeit ist alles da anfang. Man sagt mir nach, ist ja manchmal ein wenig ungeduldig. Ja, waren organisiert. Wie, mein Lieber? Deine harte Arbeit hat sich doppelt und dreifach ausgezahlt. Leute reden mit absolutem Respekt über dich. Das ist eine Ehre, aber auch viel Verantwortung. Vergiss das nicht. Die neuen Aufträge kommen nämlich von sehr einflussreichen Klienten, die keine Fehler tolerieren. Ich mach nie. Kann man schon vergessen, die hat nur vier Schuss. Die hat halt einfach nur vier Schuss. Die andere hat halt zehn, ne? Ach, die muss ich aber auch repetieren. Oh, Judy, hallo. Hey, wie, alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Was ist, was passiert? Mir geht's gut. Sag nochmal, du weißt schon, wofür. Das ist mein Body. Ich hoffe, das weißt du. Ich wäre gern mehr als dein Body. Was? Maiko hat sich immer noch nicht gemeldet, aber bestimmt bald. Sag Bescheid, wenn ich was Neues weiß. Okay. Dann habe ich sich anrufe, bringt das wieder null. Das ist jetzt schon wieder eine Mission. Ja, die hat, ja, warte mal. Einen, einen habe ich noch. Einer habe ich noch, und zwar die hier. Da ist schon ein Mod drin. Zwist, schieß. Der Schuss, ich glaub, die wird's halt einfach, ne? Braucht man nicht gerade, wo soll ich drum rumgehen? Hm. Kommt jetzt noch ein Visier drauf. Nicht irgendwas, was hier ein bisschen mehr Schaden macht. 0,35, 12,5 Reichweite. Minus 5% Streuung. Was war das? Minus 5% Zeit fürs Zielen. Perfect. So, Rucksack. Der Legowatzki. Der hat mir lange Zeit wirklich die Hand gereicht, aber... Und die Schrotflinten packe ich auch raus, weil... Weil... Da ist immer die Frage, ob man die ikonischen wirklich zerlegen will. Ich ziehe die einfach auf, aber die muss ich mir mal irgendwo wegpacken, weil die wiegen ja auch. Die muss ich mir mal wirklich wegpacken. So, jetzt. Leichtes Maschinengewehr. Macht halt... Die schießt halt schneller. Macht weniger Damage. Warum... Kann ich die... Kann ich die... Kann ich die Mods nicht runternehmen, ne? Das kotzt mich immer so an. Kage. Die Frage, wie viel schneller ballert ihr, dann könntest du den Schaden ausgleichen. Mal testen. Müssen wir mal testen, Leute. Ich glaub, die fasst auch mehr Schuss, ne? Okay. Was sagt die Map? Die Map! Ey, ich müsste ja auch noch mal irgendwie mit der Metro fahren. Aber irgendwie ist das mit der Metro immer nicht so lohnenswert. So, wir gewöhnen uns jetzt einfach das wieder an, ne? So, Rucksack. Nahrungsmittel. Seit wann war Rechtsklick zurückgehen? Habe ich hier wirklich ein Ding uns dafür belegt? Ne. Habe ich hier nicht. Hätten sie mir dann nach oben oder was? Ja. Habe ich hier nicht. Hätten sie mir dann nach oben oder was? So. Hehehe. So. Hühpel. Panell Reise. Weiden halb sieben. Ah ja. So zehn Meter laufen. Wie ich, wie immer. Wie ich, wie immer. Wie, wie immer. Wie, wie immer. Wie, wie immer. Wie einfach die Klappe und lass dich nicht blicken. Warum wohnen die alle in so einem abgeranzten Dreckshütten? Ich habe, glaube ich, doch, ich hatte schon mal einen Auftrag bei einem richtigen Nobelapartment, aber das ist ja eher die Ausnahme, ne? Hallo? Ich will sie einfach abschießen. Ich meine, wie lange soll das weitergehen? Was würde es ändern? Ja, aber dann verlieren wir die Ware. Es geht hier ums Prinzip, nicht die Ware. Wir müssen mal wieder ein bisschen... Achso, warte mal. Welchen hatte ich drauf? Welchen hatte ich drauf? Den da, ne? Was? Ich brauche die, um bessere Dinger zu bauen, ne? Sollte ich die vielleicht nicht einsetzen. Was ist los? Ist hier jemand? Ja, hallo? Ich wünsche wieder nicht mehr unsichtbar, aber what the fuck? Ich komme noch nicht rüber. Kann schon lange zum Abklingen, ne? Das ist ja echt ein bisschen unangenehm. Oh. Hat mich nicht gesehen, da Brie. So, wir warten, bis es kurz ist, ne? Und dann geht's richtig los. Entschuldigung. Mal die Werbung skippen, ne? Oh. 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 Achso, das ist sie, ne? der andere hat nicht mehr was mitbekommen der ist der nächste knackt denn hier mit seinen knücheln ich höre das so BD7A warum BD7A 55 55 1 B nicht mal ein Kaugummiautomaten geknackt so eine scheiße ich habe nicht mehr was coole ist wir haben da nicht mal waffen wieder 14 von 15 ich könnte ausflippen den haben sie umgeniedert grüße ist gar keiner komische nummer hoch mit dem puffer nicht ganz verstanden ach so der zeigt mir an was da drin ist oder wie und irgendwann verschiebt er sich so weit dass sie nichts mehr dazwischen lagern kann 55 1c 7a können wir noch versuchen in 1c zu gehen oder auch nicht wir haben die wir haben das höchste genommen so weiter geht's mit 7a 9 ist halt wieder super eigentlich zum anfang schieben hat alles gar nichts mehr jetzt nicht mal einen neuen doch hat sie nichts müsste ja das hier irgendwie kriegen es gibt nur ein e9 ach so na da bin ich jetzt aber mal gespannt wie ich das lösen soll ich klicke hier dann muss ich ja unten ne da ist gar nichts machen wir einfach ein c 7a oder 1c 7a 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 bd bd 7a so da müssen wir nein wir kommen auch nicht in jede tür nein wird der gerne hier hinten rein aber werden wir leider das level führen wem hätten wir denn glauben können ich hatte mit ihr schon packbier warte ich die verbindung trennen ok ich will mich runter sonst bin ich barbecuer ok kann ich nicht annehmen aha es ich 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 will gespräch kennege und nikaya wie läuft das habt ihr ihre verbindung getrennt wir brauchen etwas zeit wir könnten ja einfach den link herausreißen aber dann sagt uns kein wort wir brauchen jemand der weiß wie backbett tickt wer kennt sie wir irgendwelche runner die kontakt die hatten ich rufe dich besser direkt an das steht hier einfach auf dem balkon rum oder was oder du du kann ich ihr schreiben ich kann ja nicht einfach den stift daraus ziehen dann ist ja er soll sich jetzt trotzdem einfach trennen oder was dem status anzeige verbindungsstrennen temperatur reduzieren ja habe ich du musst den kiroshi werden im intervall von außen hacken in zehn sekunden wenn du das versaut bekommen wir nichts im lager kommen wir nichts lager aus klar wird knapp aber kriege ich hin alarm okay wenn ging klar alles bereit aber denkt an knapp den alarm für 15 minuten genau um 40 kap den alarm für 15 minuten genau um 14 30 14 31 fangen wir mit dem verladen an alles muss auf den nanosekunde passen wenn du es versaut habe ich den arsch auf hilma warum so unentspannt jetzt und jetzt einfach ich habe sie runter gekühlt dann wird das doch jetzt gehen oder fahrzeug des schicksers mich hier runter und dann habe ich mages fahren nicht willkommen weil ich gerade in lurke tja er ist schon weg ist jetzt habe ich nicht ausgenommen wie in der beinahe nach ganz ne shit gut gemacht mein lieber ich bin zufrieden wir hören voneinander auftrag abgeschlossen es so ein anruf von abwesenheit oder auch nicht denke ich gar nicht so viel kohle ich habe auch schon wieder vier und ich habe 200 knapp 1000 auf den kopf gehauen habe ich eigentlich nichts im gesicht habe ich das abgelegt ich habe nur das handy bekommen und ich sortiere gerade meine voll gemütten speicher aus das müsste ich auch mal machen mag ich nur nicht ja es hat wirklich nicht so viel mehr an es werden wir uns langsam dem dlc würde ich mal behaupten hier haben wir noch was so wenig das ist die main story ja wir machen erst mal das das ist Oh! Oh! Oh scheiße! Richtig. Beruhige dich. Nee, Inventar. Rucksack. Ich bin jetzt schon wieder im Game-Modus. Ich habe gerade Outlast 3 gespielt. Und da muss man erst mit Linksklick machen. Jetzt wenn ich hier natürlich Linksklick drücke, dann ziehe ich die Waffe. Das ist natürlich nicht so cool. Er scheint aber auch einfach völlig normal zu sein, in Libert, also in der Cyberpunk mit der Karo rumzulaufen. Wie komme ich jetzt am schnellsten nach unten? Hm. Einer meiner Netrunner meldet sich nicht mehr. Er hatte klare Befehle, mit mir in Kontakt zu bleiben. Also muss ihm was passiert sein. Lies dir die beiliegenden Informationen gut durch und erledige das sofort. Ich brauche ihn. Jetzt Z. So, jahrelang habe ich dafür gearbeitet, Aufträge unkompliziert mit einer von mir sorgsam zusammengestellten Crew zu erledigen. Ich habe Chang Ho Nam vor Jahren selbst rekrutiert und er hat mich noch kein einziges Mal enttäuscht. Ich weiß nicht, was ihm zugestoßen ist, aber du musst ihn finden. Sie im Keller dieses chinesischen Ladens nach. Dort lagert er seine Ausrüstung und nimmt manchmal ein, zwei Aufträge nebenbei an. Er muss noch am Leben sein. Wäre er tot, würde er garantiert als Geist zurückkommen und sich entschuldigen. Genau wie in diesen Geschichten aus dem alten Land, die Brechreiz bei mir auslösen. Der Mann ist sentimentaler als ich. Okay. Da war so ein komischer Schrei. Vielleicht hat sich jemand die Hand verbrannt. Nein, es war gedämpft. Wie aus einem Keller. Ja, das ist ein Zufall. Die Frage ist, kann ich hier einfach rein marschieren? Gehen wir mal in den Keller, oder? Hier ist er aber düster drin. Oh, ich glaube, der lebt nicht mehr. Ich glaube, der lebt nicht mehr.